Hey, das ist nicht der Ausgang. Mein Gott, warum blendet das so hart? Müssen wir uns rüberspringen. Ich heiße es hier nicht mal, wo hier der Balken... Aber da hinten ist doch was auf der anderen Seite. Soll ich mal machen einfach? Ist der Träger jetzt bei uns? Hier, nimm mal die Schlüssel. Ah, der ist bei uns. Der ist hier vorne. Ich sehe es von hier aus. Oh! Ähm... Ah... Ah... Was ist bei euch los? Jemand ist gestorben. Ähm... Also hier ist Fire Exit. Hier ist so viel Stuff. Ähm... Ey, ich bring schon mal alles raus, ne? Ja. Aber wir müssen... Versucht das zu trennen, was elektrisch ist und was nicht. Ach... Oh, Scheiße. Oh, f***. Was ist hier los? O. Oh... Oh! Oh! Oh, f***. 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 Aua! Was ist hier los? Ok. ahhh haha W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Gott verdammt! Aaaaah! Wir machen Pause! Aaaaah! Schatz!